sehr schöne arbeit jungs wir laufen hoch nach depot zum verteidigen wahrscheinlich erst mal also ab dafür unterwegs gibt es noch eine muni kiste gute meine freunde willkommen zu einem kleinen squat highlight diese runde hat nicht ganz für eine aufnahme gereicht allerdings war die war unser kampf um die stellung westlich von tempest estate ziemlich geil finde ich und das wollte ich nicht vorenthalten dementsprechend viel spaß mit dieser aufnahme wenn ihr uns nicht mehr decken können du bist schon gedürftet so ab dafür freunde hier liegt ein moped von den insurgents also wahrscheinlich feinkontaktiert erst mal überprüfen im west und im süden der stadt des feinkontakt im süden spricht bei uns jetzt auf dem weg raus ich sehe schon wieder gleich fern die feier rein kriegen ich blick dich aus das fahrzeug kann nachziehen fahrzeug ich mach mal eine markierung dass du dir einen anderen zu wenn du den fahrzeug in die schmutz machen kannst du dir noch ein stadtwerf morgen noch egal Ihr könnt euch vorrücken mit dem Fahrzeug Bis zu dieser Hügelkuppe Gut alles klar Alpha wir halten Position Bravo ihr könnt weiter vorrücken Äh Charlie Entschuldigung nicht Bravo sondern Charlie Charlie ist auf Position Alles klar Charlie dann einfließen in den Camper und Das Fahrzeug deckt uns Alpha wir rücken jetzt Ich meine jetzt Kontakt muss Norden Ja warte mal kurz warte mal kurz Ja ich guck Kontakt Norden Jo schon niederhalten Ja danke So rein in den Compound Pass auf Sniper Sniper irgendwo im Norden Die Fop ist direkt vor uns Komm mal hier hin Feindkontakt Feindkontakt Ich bin tot Bebrüßet Jetzt ein Hände 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 Hier oben noch Feind Hier oben Feind Hier ist einiges Das Fahrzeug schaut mal Richtung Wir haben Kontakt im Rückraum Da ist wahrscheinlich irgendwie Feind Packen paar Regis raus Ok Ist die Hub hier rausgenommen? Haben wir die Hub rausgenommen? Nein noch nicht Gut dann nehmen wir die Hub zuerst raus hier Die Fop Drei und sieben fallen gerade zurück Oh Arm Du bist ein Gott Ein letzter Kontakt noch Ähm Süden 345 Äh Norden sorry 345 Rechte Straßenseite Wer schaubbelt denn da? Du weißt schon dass die Äh Nö wenn die ab schaubbelt ist die Also die ist Da aber wären die Schaubbelt Achtung Fred 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 Lina Direkt bei mir im Gebäude ist einer Ja Jungs die kommen irgendwie aus der Richtung Da war einer Die kommen direkt über West äh von West über Nord nach Nordost kommen die auf allen Seiten Können wir unser Fahrzeug vielleicht nochmal ein bisschen verlagern dass du hier hin fährst Dinky Fahrzeug wurde attackiert wir wurden kategorieren aber Herr Dex kannst du mich nochmal heilen ich hab keine Bandage ne? Oder holst du die Leute erst durch Mega Ticking habe ich Schuss rein? Ja mach ich Ok Fahrzeug down ja Oder ich bleibe noch Noch bin ich da So Unterstützung wäre ganz nett Ja ist grad nicht möglich Warte Im Nachreich Schaubbelt Schaubbelt Check ist verstanden Äh ich setz ne Buddy Rally bei Score 2 Ja Gebt aber noch nichts auf, wir versuchen das hier noch Ja, check Fahr ich hier, warte, weg hier in der dritte Zieh mal ein bisschen zur Mauer hin Versucht nicht mal hoch zu rollen, damit ich eine Welle setzen kann Ja, der raucht Nate Reitet sich aus Direkt auf mir, mehrere Leute Alter, das ist der Hammer hier, die Weihnachten Okay, das ganze Volk vergessen Okay So, ich setze ein Buddy-Rallye bei Squad 2 Spawn halten, Junge Rallye, Charly 4, 6, 8 50 Zurück Die restlichen Jungs, die noch am Leben sind Versucht weiter, die Hub rauszunehmen Wo ist die denn? Also die, da vorne könnten sie nicht mehr Ich hab das abgeschaut Okay Also mal die, die wir gesehen haben Da, wo der Medikant liegt Aber, das ist das andere Ich werde die noch mal eine haben So, da hieß es mir mal Sie Sollen Leeroy und ich versuchen zum Fahrzeug zurück zu kommen Oder Weil noch, steht es da So, ich noch Könnt ihr das reparieren, sodass es wieder Fahrzeug ist? Ich spawne fümpste mal ready Keine Ahnung Ja, könnt ihr doch Können einfach in den Fop spawnen Ja, ihr könnt auch in den Fop spawnen Das geht jetzt wieder Ja Ja Zwei Mann direkt Zwei, vier, acht Ja, da müssen wir dafür Also ich bin jetzt Crewman Aber ich habe ein Vehicle Repair-Dings Also ich kann es auf jeden Fall versuchen Ja, damit müsstest du es auf jeden Fall Fahrzeuglich kriegen Ähm, weil wir happy spawnen Bei der Hub oder beim Reiter Ja Ja Du weißt, wo wir hier müssen, hm? Ja Ja, wir müssen linken auf die Meisten Nades Wir haben auf jeden Fall schon freundlichen Schadys zu vermarken Also Mappen, Mappen ist echt hart umkämpft gerade, ne? Bisschen Das bewegt sich echt scheiße Sag ich auch Au, 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 au Wuhu, sorry Jungs, Alter Komm mit, komm mit Alles gut, was passiert Äh, die Reiter sind alle ready Ich glaube, das Fahrzeug lassen wir erstmal Ich glaube, das Fahrzeug lassen wir erstmal Äh, ja Wir müssen den Legscoop, wir müssen den Legscoop kommen Ja, wir müssen mit Kommt ihr mit mir vor Zur feindlichen Hub wieder Wurzeln Es ist schwierig, wir kommen kaum aus der Hub raus Auf unsere eigenen Dann spawnt am Reiter Ja, die sind rechtlich Der Hub ist weg Achtung, Miro, er ist noch Wobei, das ist scheiße, baut das wieder ab Linky, wir holen dich runter Hoch Also wir sind an der freundlichen Ab Wir holen dich alle runter und dann hoch Ich bin bei den Surin So, alles was jetzt nach dieser Aktion noch passiert ist Letztendlich, dass ich ungefähr 10 Minuten Wenn nicht sogar 15 im Dreck lag Schön bisschen Würmer beobachtet Und dann haben wir noch ewig Eine, ja Einen kleinen Compound verteidigt, wo aber Tatsächlich einfach absolut kein Feinkontakt war Insofern, beende ich die Aufnahme Hier und wünsche euch noch einen Schönen Abendtag, was auch immer. Danke fürs zu sehen Outro